Leute, mir ist was ganz, ganz Schreckliches passiert. Ich bin hier gerade auf dem Parkplatz und versuche das Auto zu starten. Das Blöde ist, mein Schlüssel ist auseinandergebrochen. So sieht der aus. Schöne elektronische Einzelteile. Ich habe es dann geschafft, mit diesem Silberling das Auto wieder zu starten. Als ich aber jetzt wieder neu starten wollte, nachdem ich ihn einkauft getan habe, passiert folgende. Elektronischer Diebstahlschutz, defekt. Blöd gelaufen. Ja, passiert halt mal. Und was macht Mama? Die ruft den ADAC und der kommt in einer Stunde. Hallöchen. Was haben Sie jetzt gemacht? Sie haben den wieder zusammengemasstert. Genau. Und jetzt sagen wir mal, dass wir da sind, sie wegversperren. Ohne die, spielt der Motor nicht an. Und wie konnte ich dann nur mit dem Silberling vorhin starten und fahren? Gute Frage, nächste Frage. Haben Sie auch mir Glückstag heute wahrscheinlich. Vielen Dank. Kein Problem. Einen guten Rutsch.